Die Höhenharter Faustballer sind nach einem Sieg beim Tabellenzweiten aus Waldburg weiterhin auf Kurs in Richtung 1. Bundesliga. Die In-Viertler gewannen im Aufstiegs-Playoff souverän mit 4 zu 1 und festigten damit Rang 4 in der Tabelle. Das war heute ein sehr wichtiger Schritt in Richtung Aufstieg, so Trainer Diermeier nach dem Spiel in Waldburg.